Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Projekt, das MMORPG, die Elder Scrolls Online. Ja, ich habe das Spiel schon 2015 gekauft, damals auch ein bisschen gelivestreamt, das irgendwann mal 2017, 2018 und ich fand das immer so toll, aber es war einfach ein riesen Brocken, man hat nach einiger Zeit das Gefühl, man spielt da ewig und es ist auch 70 GB groß, es ist ein MMORPG, also ein riesengroßes Multiplayer-Rollenspiel und ich bin einfach überwältigt, jetzt wieder mit meinem Charakter ein bisschen gespielt zu haben, dass ich einfach sagen muss, ja, ich muss jetzt ein Let's Play davon machen. Ich finde das Spiel einfach super, weil es mich so mega an Morrowind und Kaim erinnert und deshalb werde ich heute einen neuen Charakter erstellen und auch Rollenspiel machen. Ihr dürft auch gerne ein bisschen mitzocken, dabei sein, wenn ihr auch die Sachen habt. Ich habe leider Elsevier noch nicht und ich glaube noch ein anderes Addon nicht, aber ich habe mir Greymoor schon geholt, gestern. Und ich habe mir Morrowind damals 2018 oder so geholt. Also habe ich zwei Addons schon mal, wir können mal kurz schauen. Ähm. Aha, das sind Mods. Ja. Okay. Zurück. Ja. Wir werden dann Endgame schauen können. So. Ich habe über Steam die Version. Da muss man sich nicht einloggen. Hahaha. Und ähm, ja, die Bewertungen sind eigentlich super. Also, ich müsste nochmal nachgucken. Aber ich denke schon. Was machen wir? Wir haben eine Zauberin, einen Zauberer, Nachtklinge, 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 Zauberin. Was nehme ich? Haha. Ich nehme nichts von denen. Ne, wir erstellen ein ganz neuer Charakter. Wir nehmen... Oh, ziemlich geil ist da. Ah, Nachtklinge. Die Leute, die natürlich gerne wissen, etwas noch besser sehen wollen. Und ähm, wir nehmen... Ich weiss jetzt nicht was, was ist das, welches Volk in welchem Pakt ist. Ah, das steht. Also, so. Wir nehmen... Oh, Nord ist ja eigentlich ziemlich cool. Aber für die Klasse möchte ich eigentlich eher... Weil ich so ein Mega-Morrowind-Fan bin. Gibt's keine Bonis. Wie ins Keim. Das ist ein... Ding, äh... Andere Bonis hat. Eine andere Klasse. Oh, wie süss. Man kann keine Wölfe als Kai-Shit. Also Kai-Shit sind nur Katzen. Deshalb nehme ich... Weil ich Morrowind-Fan bin. Ein Dunkel-Elf. Ah, doch. Da steht's... Zwei Waffen gleichzeitig. Also wir spielen wahrscheinlich mit zwei Waffen gleichzeitig diese... Ähm... Klasse. Hier sehen's gegen Flammenschaden. Hier Magie und Waffenkraft steigt und die grundlegende Magie und Ausdauer erhöht. Das ist eigentlich ein Rundum... Ein Rundum-Bonus. Also... Rot-Word-Ohne hat, glaube ich, mehr Schaden. Also Umgang mit Schäden. Schwert-Meister-Schäden. Ausdauer. 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 Notion-Bewegung. Er hat bessere Bewegung. Also wir wollen... Wir werden wahrscheinlich kein Waffen... Künstler spielen. Also wenn er gut mit Waffen spielt. Deshalb möchte ich eigentlich... Ja... Dunkel-Elf nehmen. Erleichtert. Aber ist das auch... Also wenn Waffen meistens ist, ist es jetzt auch der Schaden, der erhöht wird. Weil... Ja... Agone möchte ich noch anschauen. Sind auch... Also die haben irgendwie grössere Schwänze. Also... Ach, ich bin wieder pervers. Ähm... Aber irgendwie ist die Statur schon anders als ins Geheim. Oder in Moorwind natürlich. Sind sie ja sehr blockartig gewesen. Wie bei Minecraft. Hochhilfe ist ja natürlich auch cool. Aber es passt ja nicht. Ich muss unbedingt ein Dunkel nehmen. Weil die Drachenallianz ist natürlich auch... eher mein Geschmack. Als Rollenspieler ist es auch wichtig, dass man das nimmt, was man eigentlich auch möchte sein. Ich glaube, Trago Basel kann ich nicht heissen. Ich kann mich auch nicht gross machen. Ich glaube, ich habe einen Charakter mit Trago Basel schon. Werden wir mal dann sehen. Und dann haben wir den Drachenritte. Das ist sozusagen... so ziemlich der, der mit den Waffen richtig reinhaut. Aber auch Magie nutzen kann. Es gibt immer einen Ausdauerpfad und einen Magiepfad. Wo man wählen kann. Der Zauber hat auch Naka. Also auch einen Ausdauerpfad. Und der tut eher Spells einsetzen. Oder Zauber einsetzen. Die Nachtklinge ist der Dieb sozusagen. Und der Meuchelmörder. Also der andere Spieler lautlos geht. Oder Monster. Der Templer ist eher so der Tank und Heiler. Mit, ja, Buffs und so. Und der Hüter ist, ja, zum Teil ein Magier, zum Teil ein Krieger und zum Teil ein Beschwörer. Genau. Und naturbewusst. Und dann gibt's noch den Nekromant. Aber dafür muss ich Elsweih zuerst kaufen. Den machen wir dann auch mal noch. Und einen Nachtklinge möchte ich dann auch noch machen. Also rundspielmässig, damit wir ein bisschen Sachen klauen können. Aber als erstes möchte ich gerne den Hüter nehmen. Weil das ist eine Klasse, die ich damals nicht spielen konnte. Weil ich nur, also Morwing gar noch nicht erschienen ist damals. Und den machen wir natürlich ein bisschen breiter. Aber nicht allzu sehr. Ich habe gerade das Perfekte. Ich finde irgendwie die Brust nervt ein bisschen. Ist schon ziemlich heftig. Ich denke, so ist nicht perfekt. Also ich möchte nicht perfekt sein. Ich finde es so ungefähr ziemlich gut. Ein bisschen breiter. Ein bisschen muskulöser. Aber ich möchte schon stattlich sein. Ich mache mal in die Mitte. Bisschen stattlicher. So. Körpergröße machen wir gross. Ähm. Nicht allzu gross. Komm, wir machen uns ganz gross. Hautfarbe. Das ist nämlich ziemlich gut. Ich möchte schon irgendwie dunkel sein, aber auch nicht platinmässig. Das ist eigentlich eine gute Sache. Ich möchte aber auch nicht grau sein. Ich möchte irgendwie... Ich möchte nicht grau sein. Also... Ich möchte irgendwie blau sein oder so. Das ist ja so richtig... So ungefähr. Ja. Muss auch grau nehmen. Und Bemalungen und so nehmen wir natürlich auch. Wissen wir an. Oh, das sieht geil aus. Ja. Gut. Ich kann lange machen, aber ich mache mal ein bisschen kürzer. Ich finde das sehr schön hier. Wir müssen ein bisschen angemalt sein. Hier werde ich mal nichts ändern. Und ich weiss nicht, wie so die Statur und so eigentlich gut ist für einen, der natürlich lebt. Ja, und dann gibt's noch das Gesicht. Das Gesicht. Ich möchte jetzt ein bisschen ruhig schauen. Aber auch ein bisschen sanft. Ich mache einfach mal so. Stimme können wir noch... Oh. Gibt's nicht eine Bärenstimme? Träger. 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 Sind alles so weiche. Der ist besonders. Genau. Die letzte. Okay. So. Ich hätte gerne... Ähm... Lang. Ich will sie nicht... Ja, wirklich natürliche Frisur haben. Was ist denn die? Ne, der hat immer so die Auswahl, oder? Aber nie genau das nicht. Muss immer alles durchsuchen. Das ist klar. Ja, so ziemlich. Aber doch ein bisschen ungepflegter. Sieht lustig aus. Sieht lustig aus. Eigentlich möchte ich rot das so nehmen. Das ist so richtig... Ähm... Nördlich. Ob es gibt... Es gibt leider keine so richtiges rot. Sieht alles so ein bisschen künstlich aus, warum das? Ich möchte gerne... Neon. Neon. Ich werde... Ja. So dunkel nehmen. Das Alte, das muss schon ein bisschen vorgeschriebenes sein. Nehmen wir doch... Die Backen sind hier ein bisschen zu sanft. Es ist zu alt. Das hier. Hm. Verziehung. Ah. Okay, die Verziehung ist dabei. Wir könnten... Ein... Ich finde aber, das ist nicht so schön. Ich muss die Fisur wahrscheinlich nochmal ändern. Oh, Nasenring. Kann ich nehmen, Nasenring. Oh ja. Ich mag Verzierungen im Gesicht, deshalb nehme ich wahrscheinlich... Hm. Ich dachte, das wäre ja nur ein Band, aber... Leider nicht. Ja, gut. Der Drago kann sich wieder nicht entscheiden. Hm. Ich möchte eigentlich schon ein Bart haben, aber auch ein... Ja, komm. Ich muss die Fisur ändern. Das sieht nicht so toll aus. Aber auch schon viel Haare, aber es gibt nichts mehr anderes, das... Recht nach Haaren aussieht. Wieso sehe ich jetzt eigentlich gar nichts mehr? Kann man nicht ein bisschen ins Licht? Komm, die kann man ja nicht irgendwie drehen. So ist ja auch cool. Ein bisschen altmodisch. So ist cool. Ja komm, machen wir so ein bisschen... Wenige. Dann haben wir hier noch ein paar... Das sieht schon eingeboren aus. Schon heftig. Ich möchte gerne eigentlich so eine Träne oder so. Gibt es nicht Natürliches? Von Bären oder so? Scheinbar nicht. Ich möchte gerne das Teil haben... Wo ist es? Wenn man sagen könnte, was das ist. Also die Träne. Was ist es da? Das hier. Das war es, aber es ist seitlich jetzt nicht so schön. So ist es auch ein bisschen böse. Ähm... Ich nehme die Träne. Ja. Das zeigt auch, dass wir nicht so... Ähm... Es akzeptieren, dass die Welt... Die Umweltverschmutzung ist ein richtiges Thema, bei der das groß ist. Scherz. Ja. Drachen-Invasion und so gibt es jetzt momentan. Eben einen Greymoor DLC. Wie lange ist es so? So schöne rote Augen. Augengröße, Abstand, Augenhöhe. Das kann ich alles nicht so einstellen. Da muss ich wirklich lange drum knöbeln. Ja. 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 Also dann werden wir Drago. Ja. 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 Sind wir bereit mit Alice Cross Online zu beginnen. Die Feuerfalterinsel. Die kleinen Feuerfalterinseln muten wie vergessene Relikte an der Oberfläche der inneren See an, die im Nebel gehüllt sind, welche alle Arten von Verbrechen und Korruption verwegen. Da die Ladezeiten manchmal ein bisschen grösser sein können, werde ich nur das vorlesen, was dort steht, damit ich es auch überspringen dürfte und nichts mehr passt. So, wir sind hier in einem Schiff, das sehr gut eingerichtet ist und die Qualität der Grafik auch zeigt und so. Mein lieber Freund, mich hat es sehr gefreut zu hören, dass ihr nach Beatenwelt, also Beatenfell reist. Ein neues Abenteuer ist genau das Richtige für euch. Ich weiss doch, dass ihr euch zu Hause zu langsam gelangen werdet. Ich kann die Schrift gar nicht so richtig lesen. Ich weiss nicht, was ihr zu finden erwartet, aber lasst mich euch erzählen, was ich über das Land der dunklen Elfen weiss. Die Hauptstadt in der Region ist Biwek. Wenn ihr es mit Göttern und derlei erhaltet, weiss ich nicht, aber eines eines des Tribunals. Die lebenden Götter der dunklen Elfen lebt in der Stadt. Fürst Biwek wohnt dort offenbar in einem grossen Palast. Wahrscheinlich landet ihr in dem Dorf Seydanin an, wenn meine Reisefahrung nicht gänzlich ausgewöhnlich war. Ein ganz netter Ort, auch wenn die Vielzahl an Schmugglern und Sklavenjäger, die einem über den Weg laufen, schon etwas beunruhigendes sein kann. Okay. Und wartet nur, bis ihr die Telvani-Türme seht. Sie bauen sie ausgerechnet aus riesigen Pezen an. Wie dem auch sei, habt eine schöne Zeit bei den dunklen Elfen. Ich hoffe, wir sehen uns, wenn ihr wieder auf das tamrialische Festland zurückkehrt. Gute Reise. Also zuerst mal Leute, die übersetzen. Ja. Wo war's? Ja, zuerst einmal, ja, ich bin ein dunklen Elfer. Sie müssen nicht schreiben, dass ich eine schöne Zeit bei den dunklen Elfen haben werde. Ich bin ein dunklen Elfer. Also ich werde sicher eine schöne Zeit haben. Und dann, ja, mich schreibt man groß, gell. Wir denken nicht, ob die Rechtschreibung oder so. Gut. Weil am Anfang eines Satzes schreibt man immer groß. Ist ihr noch einmal diesen Brief? Ein liebes Brief? Ihr braucht gar nichts zu sagen. Wir haben alle unsere Geheimnisse. Ich frage mich, was Wadenfell für uns bereithält. Denk mal bitte wenig, euch. Was ist jetzt? Hallo? Nun, das klingt gar nicht gut. Ja. Oh! Shit! Boah! Was ist passiert? Bin ich im Land der Träume? Bin ich bewusstlos? Was ist das? Der hier lebt noch, Nario. Das sehe ich. Kommt her, damit ich sehen kann, ob nach diesem fürchterlichen Schiffbruch noch alles an euch dran ist. Okay. Äh... Hallo? Ähm, Argonia? Von Sklavenjägern gefangen. Was für ein Pech. Aber immerhin sind wir noch am Leben. Jetzt geht. Nario möchte mit euch sprechen. Okay. Ähm, schön euch gekannt zu haben. Ich muss abhören. Tschüss. Ähm... Oh. Schnell. Und Dietrich kann man immer brauchen. Oh. Ich komme gleich. Äh... Mein Leben ist aber wichtiger, dass ich hier ein paar Sachen klauen kann. Nein. Mein Leben ist wichtiger. So. Schau mal einer an, was das Meer hochgewirkt hat. Willkommen auf Wadenfell, dem Land der Dunkelelfen, Lavaströme und Sklaven jedweder Art. Wo wir gerade von Sklaven sprechen, lasst mich euch diese Ketten abnehmen. Äh, ich war doch gefangen. Äh, du bist von einer anderen Fraktion scheinbar. Wie wollt ihr mir diese Ketten abnehmen? Oh, ihr werdet sehen. Ich stecke voller Überraschungen. Ich habe da genau das Richtige. Ach so, augendietlich? So. Wo bin ich hier? Ihr wurdet von Sklavenjägern gefangen. Habt ihr denn gar nicht aufgepasst? Vielleicht habt ihr euch den Kopf gestoßen, als euer Schiff auf den Felsen auflief und ihr an die Bitterküste gespült wurdet. Das kann ich sagen. Die Sklavenjäger haben euer Schiff auf die Felsen gelockt und sich dann die Überlebenden geschnappt. Oje. Arbeitet ihr mit den Sklavenjägern zusammen? Ja, das muss ich gar nicht fragen. Natürlich nicht. Sklavenjäger? Ich? Nein. Meine Treue geht in eine gänzlich andere Richtung. Belassen wir es dabei, dass ich hier bin, um euch bei der Flucht von diesem Ort zu helfen. Danach könnt ihr damit weitermachen, was ihr vorhattet, ehe die Sklavenjäger so unfreundlich waren, euer Schiff zu versenken. Darf ich sie mal etwas fragen? Oder du? Äh, wieso hat man so ein mega, äh, Knochen hier drauf? Und wieso hast du hier einen Gürtel? Äh, wieso sind deine Titten so klein? Und, ähm, nein, Scherz. Wie kommen wir dann hier raus? Nicht so schnell, Held. Ich muss sicher sein, dass ihr einem Kampf gewachsen seid. Nicht jeder erholt sich so schnell von einer Nahtoderfahrung. Na gut, dann stellen wir euer Kampfgeschick mal auf die Probe. Das ist etwas für mich, weil ich ja naturbelastend bin. Der Hütter hier auch. Und, ähm, ich möchte halt einfach ein bisschen kloppen. Mir geht's gut. Ich kann im Kampf mit dem Besten mithalten. Das ist eher für einen, ja, Krieger. Also für einen Drachenritter, oder? Weißen sie hier in diesem Game. Na gut, dann stellen wir euer Kampfgeschick mal auf die Probe. Gehen wir einmal die Grundlagen des Kampfes durch. Ich bin bereit. Schlagt mich. Ich will sehen, was ihr drauf habt. Was ist denn das? Ich träume. Hier hast du noch mal voll auf die Titten. Nochmals auf die Titten. Na? Ich bin Hulk. Versucht mich aufzuhalten. Gebt ihr den Rest. Okay. Kaum System verstanden. Äh, war vorwegstecken. Beeindruckend. Ihr seid genau das, was ich brauche, um meinen Plan durchzuführen. Ja, sowas, sowas, ja. Die meisten Sklavenjäger sind derzeit auf Beutefang. Das heißt, das ist die ideale Gelegenheit für uns, die Flucht zu ergreifen. Was soll ich tun? Ach, es gibt gar nicht so viel zu tun, aber ihr müsst euch verteidigen können. Besorgt euch Ausrüstung. Außerdem brauchen wir den Torschlüssel. Sonst schaffen wir es nie zu den Docks. Hier, nehmt meinen Ersatz Dietrich für den Fall, dass ihr ihn brauchen solltet. Noch einen Dietrich? Jetzt haben wir ganz viele Dietrich. Oh. Äh, ich kann das ein bisschen besser erklären als die ganze Setting. Aber was ich machen muss, ist scheinbar die Stimme irgendwie höher machen. Und die anderen ein bisschen niedriger damit. Äh. Ja, nochmal ein bisschen niedriger machen. Und vor allem die Musik. Ja, ist nicht Copyright. Ich werde wahrscheinlich nichts bekommen. Sonst mache ich halt nochmal Neustart ohne Musik. Weil sonst wird natürlich meine Stimme auch noch gelöscht. Und so. Ja. Und mir wird wahrscheinlich nichts passieren, weil ich nicht ein großer YouTuber bin. Aber das ist blöd, wenn Games einfach Copyright der Musik hat. Und wenn man natürlich gerne, ähm, ja, das Spiel so spielen will, wie es angestellt ist, oder so. Also, dann hat die Musik einfach zum Spiel gehört. Und dann wird noch Copyright, also das ist, ja, echt doof. Aber gut, das ist YouTube. So. Ich erzähle euch jetzt noch ein bisschen vom Spiel. Also, das Spiel ist vom gleichen Entwickler wie Skyrim, Oblivion und Morrowind. Auch von Fallout. Das ist Bethesda Softworks. Und, ich glaube, Zenimax oder so hat es entwickelt. Also, die Entwicklung ist, glaube ich, von Zenimax. Ich schau mal kurz. Ähm, Steam muss gar nicht schaffen. Ähm, sieht man das jetzt gerade direkt hier. Da muss ich kurz auf die Shop-Seite gehen. Ihr werdet unten in den Kommentaren das auch noch sehen, äh, nachschlagen können. Ja, Seite anzeigen. Ich weiß, dass ich 16 Jahre alt bin und älte. Ich bin sogar 32, also Doppelzahl. Ja, Zenimax Online Studios ist der Entwickler. Aber Publisher ist der Bethesda Softworks. Und Genre ist MMO und RPG. So. Das MMO, RPG. Ihr habt eine tägliche Belohnung, die ihr beanspruchen könnt. Alle 24 Stunden könnt ihr bei eurem Login in TL-Diskurs Online eine kostenlose tägliche Belohnung und was hier für eurem Amt beanspruchen. Das Amtel könnt ihr vorlesen, also stoppen und dann lesen. Und, ähm, wir haben eine Kronenschriftrolle des Lernens. Ihr hattet zwei Stunden lang 50% mehr erfahren. Das setzen wir dann mal später ein. Jetzt haben wir hier aber auch noch... Das Acer Plus werde ich nicht verwenden, weil da wird man auch noch mal schneller und das möchte ich nicht. Wir wollen ja auch ein bisschen Zeit verdrödeln. Ähm, für den ersten Charakter, für den zweiten werden wir da natürlich schon etwas einsetzen wie Acer Plus. Aber jetzt momentan noch nicht. Also es empfiehlen mich natürlich die Leute. Wo ist jetzt das Reittierzeugs? Gehen wir mal auf Charakter. Gucken, nächste Stufe und so. Ähm, Sammlungen. Sammlungsstücke, Reittiere, ja. Reittiere. Wir haben nämlich das Festenbrecherkriegspfetsch. Durch den Kauf von Greymoor. Vorbestellen von Greymoor erhalten. Das lösen wir aus, wenn das geht. Aktivieren. Und, ähm, wir haben friedliche Begleiter. Haben wir nur einen. Den Chakal. Aktivieren. Aktion haben wir nichts. Andenken nahen Pastete. Für ein Fest. Ah, das momentane, also, das momentane Fest ist das Nahrenfest. Sehen wir so das. Gehelfen. Schmugglerin. Einrichtung. Aussehen. Eine Nahrenkrone. Okay, das ist auch von diesem Fest scheinbar. Upgrades, klasse. Kann man da irgendwas upgraden? Ich werde so Meisterhüte sein, oder so. Ja, gut. Ein Ginko. Also ein Baum, äh, eine Rinde von einem Baum. Besucht Werkstätten in Größenordn, um zu lernen. Okay. Ah, ich will gerne unten runter. Da, raus. Mit Deutschmann, ja. Ähm. Sieht immer noch Schalter irgendwo aus. Ich bin immer auf der Suche nach Schalter. Eindruckend. Wieso kann ich jetzt nicht denken? Sprecht mit. Also wir müssen noch ein bisschen mehr reden. Eindruckend. Okay. Ihr seid genau das, was ich brauche. Ach, es gibt gar nicht so viel zu tun, aber ihr müsst euch... Ich muss noch ein paar Sachen erledigen, ehe wir die Flucht antreten können. Tut ihr nur euren Teil. Und ich verspreche, dass ich meinen tue. Scheiß Statisten. Die machen nie etwas. Wir müssen immer alles selber machen, ey. Wisst ihr, wer diese Clown hier gesehen hat? Kann ich das weiss? Natürlich. Ich brauche nur genügend Beweise für meine Vorgesetzten. Aber keine Sorge. Ich bin mir sicher, dass ich die Sache im Griff habe, wenn wir uns das nächste Mal sehen. So muss ich mit einer arroganten Frau, äh, ja. Ja, gut. Was ist denn das? Wie süß. Na? Bin ich da auf die Fäße? Was? Ich habe dich nicht mal getroffen. Okay. Aber ich mag so Pilzwelsen. Porosek. Äh. Wenn ich doch die Taste drücke, dann muss ich doch... Ich muss erst im Kampfmodus. Kampfmodus. Kampfmodus aus. Steuerung. Kampfangreifen. Waffenwechsel. Z. Aufwand. Z. 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 Es ist ganz anders, hier auf dieser Insel zu leben, zu sein. Das ist alles so. Ja. Oh. Der rote Berg, heisst er, glaube ich. Cool. Also ich bin schon mitten im Spiel, gell? Nicht wundern, das ist ein Rollenspiel-Let's Play. Also Let's Rollerplay. So ein Rollerplay. Ich bin sozusagen im Spiel. Was würde ich im Reelife jetzt hier herumlaufen, oder? Es ist irgendwie ein bisschen langsam, was man so pflückt. Und ich nehme jetzt nicht allzu viele Sachen mit, gell? Ich mache ein bisschen auch vorwärts. Das ist keine Touristeninformation, also ich werde jetzt nicht so viel. Erklären von der Gegend. Ich spiele am besten auch mal Morrowind. Da seht ihr, wieso das so ist. Und alles mögliche. Ja. Morrowind kann ich leider nicht let's playen, weil der Sound von den Emotionen, also vom Wind und so, von den Wellen, einfach zu laut sind, weil man das nicht leise stehen kann. Wer weiss, wie man das leise stehen kann, der darf gerne mal in die Kommentare schreiben, dann kann ich Morrowind auch let's playen. Würde ich gerne machen, weil das wirklich eines meiner Lieblingsspiele ist. Oh, 1200 Rüstung. Da muss ich mich gewöhnen an so große Zahlen. Wenn das schon das Anfängerzeug... Wieso muss ich so Schrott binden? Okay. Ja, die Schrift dran werden wir mal ein bisschen aufsparen und erst dann machen, wenn wir dann Zeit haben, also auch kräften wollen. So. Okay, und das scheint niemand. So, scheinbar müssen wir uns hier aussüchten, wo es aussieht. Ach. Der Coyote. Hä, was ist das gewesen? Machen wir den Inventar wieder auf. Okay, C habe ich einfach gedrückt. Ähm, ich muss mich ja ausrüsten. Jetzt habe ich leichte Rüstung. Was nehmen wir ausrüsten? Was sollen wir nehmen? Also ich habe überhaupt keinen Guide, nichts angeschaut. Ich werde einfach am Anfang wahrscheinlich mit Beschwörungen kämpfen. Und, ähm, ich werde, äh, alles mal durchgehen. Den Arter. Okay. Interesting. Hm. Ich hätte gerne einfach... Vielleicht ein bisschen ein Grund... Ding, also... Was man jetzt so am besten spielen soll. Also, wenn ihr Hüte kennt, dann, äh, sagt mir einfach mal so. Was würde jetzt am besten funktionieren? Also, dass ich auch vorwärtskomme. So, wenn ich so extra im OP bin, oder ich könnte ja auch OP-Skillungen sagen. Damit ich am besten etwas, ähm, ja, im Überblick habe. Weil ich, wenn ich jetzt auf Webseite gehe, dann werde ich, ja, erschlagen von Informationen. Ist es für mich einfacher, wenn... Einfach so ein bisschen Hilfestellungen, äh, mir zugesendet werden, als Kommentare. Und ich so, ähm... Einfach, für mich leichter ist, oder? Ich will ja auch nicht für euch sterben müssen. Also, wir nehmen alles Mittel, mal. Ich denke, Mittel ist eigentlich ziemlich gut für Hüter. Aber ich sehe jetzt aus, ähm, wie ein Dunkel-Elf. Also, ich sehe nicht wie ein Hüter aus. Äh, wir müssen mit dem reden schon. Ah, wir müssen das Schwert nehmen. Ein Bieden-Händer. Die Hände und so, das ist richtig gut gemacht. So. Der Ersteindruck, jetzt wieder nach Jahren, ist wirklich positiv. Ja, ich muss einfach die Steuerung noch ein bisschen kennenlernen. So, kämpfen wir mal mit dem Zweihänder-Hüter. Und habt ihr schon wieder alten Flynn getrunken? Verräterischer Slave, ich hole mir euren Kopf. Wieso muss jetzt gerade so ein D von Meuchlin-Möde kommen? Immer beim Roten aus dem Weg gehen. Das ist so die Gefahrenwarnung. Okay, Level 2 erreicht. N. Ihr habt eine Belohnung, die ihr beanspruchen könnt. Öffnet tägliche Belohnungen. Okay. Wieso muss ich das jetzt verwenden? Hm. Ja gut. Dann haben wir alles verwenden. Oder? Oder haben wir das jetzt im Moment? Ich möchte eigentlich keine Bonis oder so haben. Also das sind jetzt Fähigkeiten. Da werde ich einfach mal, also Tiergefährten möchte ich schon eigentlich dann verwenden. Das kann ich irgendwie noch nicht verwenden. Dann gibt es noch grünes Gleichgewicht. Das ist Heilung scheinbar. Und Winterkälte ist, ja, Kälte-Zauber. Das ist auch interessant. Das würde ich dann auch mal euch zeigen und so. Im Endgame vielleicht dann auch alles immer wieder spielen für PvP und so. Dann haben wir zwei Händerskillungen und leichte Rüstung. Ich möchte aber eben mittlere Rüstungskillen. Wir haben noch keine Fertigkeitenpunkte. Sturzflug, Pilzwucht, Rüstungskillen, Pilzwuchs, okay. Wir nehmen Sturzflug. Und tun den hier runter. Ich habe keinen Fähigkeitenpunkt. Ich habe doch einen. Muss ich zuerst. Das ist schon ein bisschen verwirrend. Drückt I und werdet an Schnellzugriff. Also ein Blitz. Äh, okay. Das ist auch wie bei Skyrim scheinbar. Also das haben wir jetzt nicht verwendet. Das haben wir nur bekommen. Also ein Gesammelt sozusagen. Oh, ganz viel Währungssachen. Cool. Ähm, ich möchte jetzt gerne den Fähigkeitenpunkt bekommen. Ich bin auf Stufe 2. Ah, hier. Wir Ansprüchen. So, und wir gehen auf Ausdauer, denke ich mal. Ich weiss nicht, leben möchten wir vielleicht am Anfang noch nicht so sehr. Hoffentlich. So, wir gehen auf Ausdauer. Und es braucht Magie. Wie kann man resetten? Mann, ich dachte, Verschwörung ist ein Ausdauer. Mal. Weil, weil es ist auch in anderen Games manchmal nicht Magie ist, oder? Ah, es ist natürlich Magie. Man muss immer an das Normale denken. Das werde ich umskinnen, sobald ich kann, hä? Okay. Wir müssen natürlich auf den gehen. Ah, Magie. Okay. Verskillt. Direkte Drago ist immer so ein Schlüssel, der verskillt sich jetzt. Ne, natürlich nicht. Aber wenn man es nicht weiss, kann man eigentlich gar nichts machen, oder? Ein bisschen Nahrung noch mitnehmen. Man muss halt auch zuvor noch ein bisschen nachschauen. Ich habe einfach meistens für grosse Games, für Games, die richtig viel Umfang haben. Also nicht so die Zeit jetzt wirklich zu verstehen alles, oder? Und nachzuschlagen. Das ist klar. Wo müssen wir hin? Ich habe besorgt einen Torschlüssel. Aber wo ist er? Wir gehen mal hier rein. Okay, Schlüssel knacken. Wenn es wackelt, oder? Ja. Als wenn es beginnt zu wackeln. Gut bin ich so gut. Also ja, immerhin habe ich es geschafft, jetzt muss ich es verstanden haben. Einen Schild nehmen wir nicht mit, wir sind nicht defensiv. Aber Roggen nehmen wir mit, wir sind sehr defensiv, sehr aggressiv Roggen ist für die Aggressivität. Ja, das haben wir ja gemacht, das muss ich jetzt nicht mehr wissen. Ein Streitagstil ist für mich. Und ein Bogen. Ich weiss nicht, als Bogen, dann als zweite Waffe, wenn wir das freischauen. Okay, der Spieler, lassen wir mal in Ruhe. Schulterklappen. Polster ist wahrscheinlich leicht. Nochmals. Ja, aussehen. Ähm. Gute Schulterpanzer, Ahornbogen. Die Streitagstil ausrüsten. Und schwer. Leicht, leicht. Vielleicht ganz unten. An die Schulterpolster. Okay, das ist das, was wir aufgesammelt haben. Und hier, ja, nehmen wir da mit. Nochmals ein Roggen. Wir werden zum Meisterkrieger. Wir finden Roggen. Aber jetzt sonst nichts mehr. Einen Bogen nochmals. Ah, der ist jetzt auch wieder aktiv, die Spiele. Oh, wie cool. Ein Heilungsstab. Ah ja, einen Heiler könnten wir auch noch spielen. Also Heilungsstab. Ahorn Heilungsstab. Ah, dann müssen wir wieder raus. Aus nichts mehr. So, während Ladezeiten scheine ich mal kurz auf die Dauer. Ja, also. 40 Minuten für den ersten Part ist eigentlich okay. Ähm. Längere Parts kann ich auch dann mal machen. Und Livestreams auch. Aber, ja, jetzt momentan geht es halt schlecht. Ich habe keinen zweiten Bildschirm. Deshalb kann ich die Kommentare auch nicht immer vorlesen. Ich frage mal auf YouTube nicht. Sonst muss ich mal wieder auf Twitch Livestreamen. Da kann ich mit App dann einfach dem Handy schauen, wenn jemand schreibt. Jo. Dankeschön fürs Schauen. Und bis zum nächsten Mal. Ah, hier müssen wir dann hin. Okay. Heil Trago Basler. Tschüss. Tschüss. genes. Das trat war es für immer. Ja. Ja. Ja.